Ja, come on. Fischer-Mann hat man schon lange nicht mehr, ne? Richtig. Ja, ich find Angel Tower noch scheiße, irgendwie so, von der Location her. High-Loot-Zone ist, will ich doch nicht unbedingt hin. Ja, ich sag mal so, an sich find ich diesen Engel dann ganz cool, aber ich find dieses Gegend, die ist wirklich nicht so geil gemacht. Die Gegend ist, ja, die ist echt blöd. Ocean Park ist schon nicht geil, aber das finde ich noch besser als Angel Town. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber... Ja, doch. Ah, jetzt, wenn du drüber nachdenkst. Haha, genau. So. Ich muss mich wieder daran erinnern, wie das Layout war. Auffege hier. Ja, die sind jetzt alle am Parkhaus oder am... ...Kino. Vermutlich. Farmers hab ich schon noch. Sehr schön. Hier behalte ich die Schrotville vielleicht wirklich als... ...Zweitwaffe? Im Gebäude? Ja. Ja, ja. Vielleicht ist jemand gar nicht so verkehrt hier. Oh, hier seilt sich was zu mir hoch. Hier hat mir auch was geseilt. Ich glaub, da ist ja auch da runter. Hier seilt einer. Kann aber auch in diesem Nachbargebäude da sein. Ich glaub, bei mir ist einer hier. Ah, fuck. Lässt der mich hier noch verbluten, die Sau. Nee. Nee. Nee, ist er nicht. Geht auch nix über Schulmädchen hinrichten. Richtig. Befaffnete Schulmädchen. Was ist das für ne Schule? Keine Ahnung. Schlimm Viertel. Ja. Keine Scopes und nix, ey. Das Haus hier erstmal. Ja. Nee, in dem Haus. Nein, in dem gelben Haus war ich. Du hast keinen Helm. Ja, ja. Ich hab auch keinen gefunden. Ach so. Das ist nicht meine Entscheidung gewesen. Gehe ich nicht. Nicht in der Stadt bei so vielen Leuten. Versteh ich gar nicht. Ich hab bestimmt schon wieder irgendwelche Sniper auf dem Kino oder so eine Scheiße. Ja. Da liefern. Da ist er. Das. Der hat mich gekillt. Ah, fuck. Den hat es nicht mehr gereicht. Aber ich hab auch zweimal auf ihn geschossen irgendwie. Ja. Das ist der erste, die ihn nicht richtig getroffen haben oder irgendwas. Tja. Ja, aber war ja nochmal spaßig. Hab ja nochmal zwei erwischt. Genau. Kurzes Vergnügen. Muss auch mal sein.